Du bist bereit, Steffi? Sie ist last woman standing, hat die Möglichkeit zum Powerdauer zu gehen. Sie hat die Möglichkeit hier 50.000 Euro draus zu machen. Dieser Frau ist alles zuzutrauen. Ja, legt direkt los und jetzt einfach Rhythmus. Also die Himmelsleiter kann sie als Hindernis. Stell dir das mal vor, stell dir, verkantet, ist noch nicht verloren. Ja, Power hat die noch, also Power hat die noch. Jetzt aber wieder einen Rhythmus finden, das ist glaube ich einfach wichtig. Also den ganzen Weg traue ich ihr jetzt nicht mehr zu. Da hat sie einfach jetzt einiges an Rhythmus und Kraft verloren. Aber die ist so stark. Und man darf auch nicht unterschätzen, was all die Athleten am heutigen Abend schon geleistet haben. Also da sind natürlich Körner flöten gegangen. So, die 15 sind es. Oder jetzt. 16 17 18 Die Technik ist gut, aber die Körner lassen nach. Mein Gott, ist das eine starke Frau. Und guck mal, wie da immer das Chalk von diesen Griffen nach oben geht, ne? Kann sie das nochmal korrigieren? Kann sie, das ist nämlich Stefanie Noppinger. Wahnsinn. So, jetzt sind diese... Ja, da kam die Zunge raus. Sie ist schon ganz schön platt. 24. Also Astrid hat sie. Bad by All Stars in Deutschland. Wahnsinn. Ja, jetzt tut es wieder weh, aber... Ja, wenn man die Hände einmal dann aufhalt, aber riesen Respekt. Sie ist last woman standing, 25.000 Euro. Wer weiß, vielleicht geht sie noch zum Power Tower. Wer weiß. Pudding, wenn ihr richtig Schmalz, richtig Körner habt, dann gibt es hier weitere Folgen. Und ne, ganze Folgen hier, da weitere Videos.